ja die Julio Leuternal hätte kommen jetzt eine weitere Anfolge die Gründer Lamar für ein Kind Moritz und mit anderen Lappen und mit Lappen mir und was ich mache er hat er das auch meiner aber mach ich die Kiste ein gewollt mehr sein jetzt ist aus kein Wurf er hat er und gilt er nicht da war noch freundlich noch ein Stich zu mir egal ob er wird wieder aufgestanden nicht heute wartet die Welt im Wasser und Töten alles und da ist hinten ist gut das ist wieder einer der Trubel beigetreten es geht hier um 640 Kilo sind überwarte ich auf dich Markus jetzt müssen wir wieder das Wasser runter schön ich gehe mal hier rüber ne Jungs da wir mussten die Kasse da wo der rote Punkt ist ab die Henne da ist es verkackt neil wartet auf mich mach ich erst wenn Junge was er macht die ohne Ende hier ist es wichtig ich gehe die haben wir nicht so viel abbaute ich bin ja schon hier und schiller eigentlich in Blutemann so die ersten Kisten schon die Gegend an weil sie noch nicht mehr Gegner einer war es da oder zwei annehmen sie geht es dann noch weiter aber da scheinen keine Gegner drin zu sein und hier auch nicht mehr hier waren nur drei oder vier Gegner wird Nürnberg jetzt war ich zwei du warum muss man so ein Verbot er wurde er müsste denn gehen runtergefallen O-O-O-N-Punkt und ich bin ein paar Jahre drüber Nein. Dann bringt es sich irgendwie immer um. Okay, letzter Versuch. Nein, man schafft es doch, wenn man sein Schwert richtig nutzt. Um weiter zu fliegen. Toll, da war nichts drin in eine geile Kiste. Ah, hier ist einer. Shotgun. Oh, da unten sind wieder diese Scheißhunde. Passt auf, die sind ziemlich nervig. Und die deal noch ziemlich gut damage, wenn sie das richtig treffen. Ist es langweilig, machen wir nochmal weiter dann oder lassen wir das ja? Hä, es sind noch sechs Gegner, die wir tippen müssen. Kannst du ja suchen. Ich kütterweil die Hunde-Dinger. Ich hab keinen Bock, dauernd hier neue Hunde zu haben. Und die haben nämlich verdammt viel Leben. Die alten mehrere Shotgun-Magazine gegen. Oh oh. Ja, die halten ordentlich was aus. Nein, auch denen ihre Häuser. Die kommen immer wieder, solange sie ihre Häuser nicht zerstört. So, ich hab denen ihre Häuser weg. Zumindest zwei davon hatte ich ja, wenn ich wissen, wie viele die hier wahrscheinlich noch sind. Oh, denen hab ich den Berg nach oben geschossen. So geht's. Okay, das war's. Ja, ich hab gedacht, so wenn du mit den Hunden, mit dem Bauwasser abmütigst, mache ich das geschwinkertig. Ja, nicht sehr gut, das Ahuraki und ich das verdächtig gemacht, haben wir nicht. Nö, ich hab die letzten Gelegenheit, die sechs Töte ist gemacht. No, den allerletzten Ahuraki und ich gleichzeitig mir schwer drauf geschlagen. Wir können gar nicht machen, ich bin hier am Ausgang hier. Das heißt aber nicht, dass das die letzten Wochen. Oh oh. Oh oh, scheiße. Foto-Toro-Reißer. Da ist nur die Lasse, dass Foto sterben. Das schaffen wir, jeder Fall geht, dass Foto stirbt. Ich meine, die ganze Zeit nur auf Drogen durch die Gegend. Theis Wauhaus. Stirb. Oh oh. Was für Häuser haben die denn? Ja, da, die sind Frauen hier. Zum Arsch der Wildzeit, ja. Ja, das ist der Ausgang. So, dann muss das Gebäude da schlossen. So, jetzt muss das eine Gebäude dauern, jetzt sind keine Wauhaus mehr. Foto hat schon Probleme gegen Hundezeit, ja. Ich hab noch nicht mal Schussschild gegen die verloren. Ich auch nicht, hab mir was aufgeschworen. Da hinten ist bis zum noch Blut. Oh, looten. Echt jetzt? Ist da irgendwas? Und ganz viel sogar. Oh, noch mehr. Alter, geil. Oh, der ist nice. Das würde ich hier bloß ohne mich machen. Ja, und jetzt noch Loot übersehen übrigens. Das war der Foto, nicht ich. Ja, Foto hat Loot übersehen. Das ist blöd, Junge. Oh, der ist jetzt drüber gesprungen. Ganz große Jakob gewesen, ne? Markus, komm jetzt. Das war der gestoßen. Tschüss. Jetzt kommt noch. Jetzt kommt schon. Jetzt warten wieder nur drei von vier Spieler. Jetzt hatten nur noch zwei. Wo muss ich denn hin? So, jetzt sind alle da. Schön. Nur einer fehlt. Jawohl. Da hinten gibt's für mich ein, so ein Eck, so ein Quadratmeter vielleicht, wo du nicht drinstehst. Genau, da stand ich. Guck mal, hier 38 Prozent, 39 Prozent. Wenigster Schaden. Insgesamt, guck mal, wie viel Gewirr ich nicht getötet habe. Und du hat ein Drittel nur davon. Ich bin der Beste. Oh, und was haben wir denn noch hier? Foto war der erste Einzige, der hier fast getrackt wäre, mal wieder. Ich wollte nicht vor, ich hab nur ordentlich... Du hast nur ordentlich Damage bekommen, und was von uns drei wieder derjenige, der den meisten Damage gezogen hat. Was sind eigentlich Navcoin-Naut? Was machen wir mit Navcoin-Naut? Was machen wir mit Navcoin-Naut? Du kennst doch schon mal Sachen bauen. Zum Beispiel coole Schwerter oder so. Navcoin-Nauten? Das kann man ja hier auch mal zeigen, hier. Hier kann man dann so coole Sachen bauen. Pyro-Tick habe ich ganz viel letztens gefahren. In einer Mission, da war ich mit so ein paar hochgelevelten, deswegen hab ich da 1.000 von. Ich würd sagen... Nein, wir wollen nicht E-Prime spielen. E-Prime abbrechen. Was? Ihr seid solche Idioten. Dann spielen wir E-Prime. E-Prime passt. Hab ich heute schon gespielt. Dann hängen wir's noch mit dran und hängen wir noch mit Feierabend. Ja, ja, dann hängen wir noch mit E-Prime, weil ich glaub, das war nämlich auch Auslöschung. Ja. Das war auch nochmal Auslöschung. Danach machen wir Feierabend. Was ist denn das für ein geiler Schal, was der hat im Gericht aufgenommen? Das sind Haare. Ja. Wahrscheinlich musst du es kaufen. Ja. Ja. Was sind das jetzt? 61 und 41. Und 61. Und 61 statt. Und 41. Endlich bisschen mehr Action. Was heißt das? Ne, action würde ich das nicht, nennen. Das ist einfach öfter abgedrückt. wir können ja noch ein bisschen erschweren wir machen damit dürfen nur die Füße benutzen die Spam hier aber auf Distanz viel stärker während ich keine Erschwernis weil meine Piste schon so hohen Level kann ich überhaupt nicht mithalten meine Piste machen auf Distanz 54 Damage das heißt es braucht zwei Treffer um diese Standard wegzuholen das heißt es werden es sind der Katzen ein Nachkampfschwert nur Piste das finde ich das macht beim nächsten Mal noch mal Challenges Challenges aber auch um ihn falsch wo muss man halt put ja ich nicht ich mache die Mission weiter ja jetzt haust du ab, ne? Währenddessen blut ich, ja ich bin irgendwie immer der, weil das da vorne ist ja eben war ich da wo gewonnen hat, oh jetzt machen die mehr damage hier gut hat schon wieder Probleme mit seinem Leben Markus, hau drauf kommen schon wieder die hässlichen Viecher ich hab noch viel weniger Nachladezeit auf die Schott gern, ich hab eine viel zu lange Nachladezeit äh, scheiß weg ich sag uns, gehen wir weiter Markus, bleib bei mir Fleisch kommen weiter gut, dass ich jetzt alle Feinde da hinten weggeholt hab nur an ihr vorgelenken hä, was war das jetzt? du wurdest auf einmal zurückgeportet weil du bist und wegrennen bist du bist noch nicht klar du bist noch nicht klar keine Detektion von Enemiesensoren hä, irgendwie ist die Anzeige verpackt ohluuu baue ich auch die ganze Zeit nicht die Gegend hüpft wer du wo ihr hin müsst wir gehen richtig es wechselt bei mir die ganze Zeit die Richtung denn immer wenn ich da hinlaufe wo das Ding zackzack wieder in die andere Richtung aha warte ich bin da wo wo wüsste gar nicht, dass ich so einen Jump kann was man so rausfindet, wenn man so ein bisschen coole Sachen drückt äh, da vorne ist eine ganze Army ah verwende erste Fähigkeit fünfmal meine Mission widerspiele oh, ich bin voll reingetackelt ob es jetzt mit Laura oder ob ich gleich zurück bin, das wird sich noch zeigen aber es sieht gut aus wenn man ganz auf Blitze schießt, funktioniert das auch egal, du kannst auf deine Dinger hochreiten was? hochreiten? ja, du kannst wenn du strahlen auf deine Dampfwellen und wieder 1000 Affinität also ich schließe meine Missionen hier regelmäßig ab und hier ich brauch noch 18 Kills dann kriegst du nicht mehr außer vielleicht wenn du nur noch ein bisschen Hunde fahren die da oben gerade übrigens über uns laufen also über Markus und mir ich muss sicher aber ich töte sie euch nö nö, die nö, die nö du musst nur wissen, wie du so bekämpfen kannst zwar am besten mit den Sprungenangriffen so uff, die Quell jetzt so dass sie wehrlos sind was war denn das jetzt? das war eine Haftmine das haben wir es ja oh, da gibts bestimmt wieder Hunde zu farmen ich will noch bei Hunde farmen oh ja, da sind sie schon oh ja komm zu, wauwows, komm zu Papa schnell, Markus wir müssen den Hundebau zerstören wo? auf Cree ich soll alle von euch auf Crack machen lasst mir noch neun Hunde, wenn schon sieben ich zerstelle den Bau ich auch, er ist weg erst dann so, Drogen hier Drogen hier ja, ist gar eng nein, Drogen Drogen sind was Gutes yeah ah, da hinten ist ja noch der Mega Loot und Drogen alles voll noch mehr Drogen Drogen also dieser Speedbonus ist irgendwie schon geil jetzt hat hier noch ne unsichtbare Befrag Energieschild nimmt man das auch Frau Drogen sind jetzt alle da ne ich nicht klagenweilig ja, kommt ihr jetzt mal bin noch da einer fehlt noch, der da unten du bist du dir wacke ich steck mich und ich beende das Ganze jetzt jetzt warte, und tschüss wollen wir die Runde dann beenden? was sagt der da vorne jetzt da? das nicht wir wollen uns sagen, dass wir zu okay, ich beende es jawoll und zugefügter Schaden ist meist die Gegner getötet ich, ne? Futter Futter, wie bitte? die meisten Kopfschüsse er macht immer die meisten Congratulations, mein Freund er hat heute abgehoben er hat Schüsse gemacht krasser Junge er hat Kopfschüsse gemacht Junge und Handy krass, er hat Kopfschüsse gemacht schärfe krass also gut, dann war's das für heute ja, ich bin traurig du bist zum nächsten Mal nein, ich bist zum nächsten Mal ich darf jetzt nochmal hier Ausrüstung und zwar können die auch mal das Verbesserungssystem hier jetzt sehen dass man schulde bereinigt im Prinzip funktioniert ey, ich verlasse jetzt erstmal die Gruppe ich hab sie schon verlassen weil ihr ja so lappen seid nein, du bist noch in der Gruppe nein, bin ich nicht doch bist du nein, nicht nicht ich hab sie gerne verlassen mich auch als ich raus bin, warst du noch drinnen nein auf jeden Fall legt ihr dann solche Karten hier rein wie zum Beispiel die Statusdauer was auch immer das jetzt bringt plus 5% Statusdauer keine Ahnung aber hier zum Beispiel das 25% kritischer Schaden und das 5% Einschlagschaden habe ich jetzt auch meine Shotgun beispielsweise drauf dann hier, das kann ich leider nicht benutzen weil ich kann hier zum Beispiel die gleichen Sachen nicht mehrfach benutzen schnell ziehen habe ich schon das heißt hier beim Kronos habe ich da schon wieder irgendwas Neues drauf machen kann da fehlen mir einfach die Punkte also habe ich ziemlich geile Sachen dabei extra Schaden gegen Grenier gegen befallene Elektrizitätsschaden das ist genauso wie hier mein Nordwind eben der Altschaden kann ich auch Elektroschaden noch drauf packen aber dafür brauche ich erstmal noch 4 Level ab mit meinem Schwert genau, was gibt es sonst noch zu sagen das ganze funktioniert auch auf dem Hauptvolt stimmt, ich bin ja leer abgegangen das heißt ich kann wieder was drauf machen heute Radar brauche ich nicht Feindradar Stahlfaser, bessere Rüstung klingt gut so, haben wir uns noch Stahlfaser drauf halten wir noch mehr aus und damit Leute würde ich sagen warst es dann heute auch schon mit der heutigen Aufnahme hier aber mich das hier gerade rechts ziemlich verwirrt also ich war noch nie in der Ansicht hier und irgendwie steht hier ich bin Rang 10 momentan mit Überladung ach so bei Rang 18 bekomme ich ein Upgrade jetzt verstehe ich's du brauchst so und so viel Level bis du ein Upgrade auf deine Fähigkeiten bekommst ach so ach so damit Leute würde ich sagen wir uns das nächste Mal Servus und Ciao ciao